Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Raabe und ihr seid hier auf dem richtigen Kanal. Heute wollen wir einer ganz spannenden Frage nachgehen, nämlich mit wie viel Geld lohnt es sich eigentlich an der Börse zu starten? Braucht man mehrere tausend Euro oder kann man vielleicht sogar schon mit 50 oder 100 Euro starten? Das und mehr jetzt hier im Video.